Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal wieder um Lumina und zwar Lumina Neo. Wie du vielleicht weißt, habe ich schon seit bestimmt einem Jahr, anderthalb Jahren keine Videos mehr zu Lumina gemacht. Hatte einfach den Grund, dass mir das Programm nicht mehr ganz gut gefallen hat und auch von der Performance her hat das neue Lumina bei mir nicht so gut funktioniert. Und ich habe keine Lust Videos über was zu machen, wo ich selber nicht dahinter stehe. Aber mit der neuen Version jetzt, mit der neuen geupdateten Lumina Neo Version, funktioniert das jetzt bei mir tatsächlich wieder relativ gut. Und da möchte ich dir jetzt heute mal so ein bisschen zeigen, was Lumina Neo jetzt alles kann, beziehungsweise ich möchte auf eine spezielle neue Funktion eingehen. Und vor allem, was ich jetzt auch schon weiß von der Firma, weil wir da letztens in so einem kleinen Webinar drin waren, was alles in Zukunft noch kommen wird. Darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lumina Neo hat eine neue Funktion, die es schon seit ein paar Wochen gibt und ein paar von meinen Kollegen haben die auch schon vorgestellt. Es geht nämlich darum, dass man jetzt in Lumina HDR Aufnahmen quasi erstellen kann. Also man kann aus mehreren Belichtungen, die unterschiedlich hell sind, eine neue Belichtung machen und das Ganze nennt sich dann eine HDR-Belichtung. Und somit kannst du, wenn dein Dynamikumfang in der Kamera nicht ausreicht, also wenn du trotzdem noch abgesoffene Schatten oder zu helle Bildbereiche hast, die ausgebrannt sind, kannst du diese mehreren Aufnahmen dann zusammenfügen zu einer neuen Datei und dort sind dann alle Informationen drin, die du tatsächlich auch brauchst. Und das möchte ich mir mit dir heute mal anschauen. Ich habe jetzt Lumina Neo offen und im Vergleich zu den letzten Versionen ist es jetzt tatsächlich mit den neuesten Updates, bei mir zumindest, sehr viel stabiler geworden und vor allem auch ein bisschen schneller. Aber ich höre da immer wieder unterschiedliche Aussagen von unterschiedlichen Leuten, deswegen schau einfach mal bei dir selber, wie es funktioniert. Bei mir ist es jetzt, wie gesagt, etwas besser geworden. Und ich möchte jetzt dir als erstes mal zeigen, die erste Erweiterung, die jetzt ja schon seit ein paar Wochen draußen ist, aber es sind jetzt weitere Erweiterungen angekündigt. Diese Erweiterungen, die kann man hier oben sich installieren. Wenn ich hier Lumina Neo habe und daneben sehe ich so ein kleines Puzzleteil, wenn ich hier einmal raufklicke, dann sieht man jetzt hier Erweiterungen. Aktuell gibt es HDR-Zusammenfügen. Das ist ja das, wovon ich gerade schon gesprochen habe und was wir uns auch gleich mal ein bisschen näher anschauen. Aber es wird dann ab Ende August eine weitere Erweiterung da sein. Und zwar geht es da um Noiseless AI. Also da wird es darum gehen, dass deine Bilder wirklich vom Rauschen reduziert werden und das Ganze mit AI. Das heißt, da wird also wirklich künstliche Intelligenz dann angewendet, um zu gucken, wo es Sinn macht, das Rauschen zu entfernen und vor allem so, dass das Bild danach auch nicht komplett matschig aussieht. Das schon mal als Vorankündigung können wir uns dann auch genauer anschauen, wenn es dann wirklich draußen ist. Aber hier sind mehrere Sachen noch angekündigt. Also es wird auch weitere Neuerungen noch geben, die man sich dann hier immer wieder neu installieren kann. Man sieht hier also, es sind noch einige Puzzleteile offen, die jetzt noch nicht angekündigt sind, die aber im Laufe des Jahres, im Laufe des Herbstes kommen sollen. Und das wurde mir auch schon gesagt. Ich wurde da auch schon zu einem kleinen Webinar eingeladen, wo das ein bisschen vorgestellt wurde. Natürlich darf ich noch nicht darüber reden, aber es soll auf jeden Fall noch einiges von der Firma kommen. Und ich bin da selber sehr gespannt drauf und werde das natürlich auch hier ausprobieren für euch. Jetzt aber erstmal zum HDR zusammenfügen, denn das ist die erste Erweiterung, die es wie gesagt jetzt schon ein paar Wochen gibt. Die findet man hier direkt. Und darüber auch eine schöne Neuerung, wie ich finde, denn es gibt jetzt wieder endlich diese Metadatenanzeige. Das heißt, man kann hier wirklich auch in einer guten Übersicht sehen, welche Aufnahmedaten das Bild eigentlich hat. Das hat mir bei Lumina AI so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Bei Lumina Neo sieht das Ganze jetzt wieder ein bisschen besser aus. Und auch eine Neuerung, beziehungsweise etwas, was wieder endlich dazu gekommen ist, sind Ebenen. Also man kann jetzt auch wieder in Lumina Neo mit Ebenen arbeiten. Dazu aber später mehr. Ich zeige dir jetzt als erstes mal, wie ich hier so ein HDR zusammenfügen kann. Ja, früher war ja HDR zusammenfügen, das gab dann immer diesen typischen HDR-Look, den ich damals total krasse fand. Heute finde ich den total zum Kotzen, muss ich sagen. Aber es ist ja auch immer persönlicher Geschmack. Ich möchte natürliche Ergebnisse erzielen. Und HDR bedeutet für mich in dem Moment, dass ich einfach, wenn der Dynamikumfang meiner Kamera es nicht zulässt, dass ich mit einer Belichtung alles aus dem Bild an Informationen herausbekomme, die ich brauche, ohne dass irgendwas überbelichtet ist oder etwas unterbelichtet ist, dann brauche ich halt mehrere Belichtungen. Und das kann ich entweder manuell zusammenfügen, indem ich halt mit einem Pinsel zum Beispiel und Masken arbeite. Ich kann es aber genauso gut auch automatisch von einem Programm zu einem HDR zusammenfügen lassen, wenn es denn ein natürliches Ergebnis am Ende bringt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe hier in Island ein Foto geschossen und ich zeige dir jetzt erst mal hier das eine große Bild. Und jetzt siehst du vielleicht auch schon das Problem dabei. Denn dieses Bild, was ich hier gemacht habe, da ist der Dynamikumfang der Kamera nicht ausreichend, um wirklich alle Bildinformationen zu haben. Der Großteil des Bildes sieht super aus, aber hier, da wo die Sonne untergeht, da sind ausgebrannte Stellen und die kriege ich leider auch nicht wieder zurück. Und hier unten im Bereich des Wasserfalls haben wir schon teilweise Stellen, die wirklich fast komplett schwarz sind. Also da brauche ich einfach mehrere Belichtungen, um das Ganze dann am Ende wirklich auch überall mit Informationen zu versehen. Deswegen habe ich weitere Belichtungen gemacht. Ich habe insgesamt fünf Belichtungen gemacht. Das ist jetzt hier die Nullbelichtung, also was die Kamera gesagt hat, ist jetzt die optimale Belichtung. Und dann habe ich eine Minus-Zwei-Belichtung gemacht. Das ist einmal die hier. Und da siehst du schon, die ist jetzt um zwei Blendenstufen dunkler. Aber gleichzeitig haben wir jetzt hier alle Informationen in dem Sonnenuntergang, die ich brauche. Also hier ist nichts ausgebrannt. Hier vielleicht so ein paar kleine Stellen noch, aber ich glaube, dass ich die tatsächlich als Raw-Datei hier noch retten kann. Dann habe ich eine Minus-Eins-Belichtung. Dann habe ich eine Plus-Eins-Belichtung. Und das ist jetzt hier besonders gut für die Stellen hier unten im Wasserfall. Also da hat man jetzt hier alle Informationen in den Schatten drin. Der Himmel ist natürlich komplett überbelichtet. Und sogar noch eine Plus-Zwei-Belichtung, falls ich hier noch mehr Informationen brauche. Wobei, ich denke mal, die werde ich nicht brauchen. Ich werde jetzt aber alle fünf Bilder auswählen. Deswegen gehe ich jetzt in die Galerie-Ansicht nochmal zurück. Ich drücke jetzt hier einfach einmal die Leertaste. Dann komme ich hier wieder zurück. Und dann werde ich jetzt hier alle fünf Bilder einmal auswählen. Einmal mit Klick auf das erste Bild. Gedrückte Shift-Taste auf das letzte Bild. Und dann kann ich einfach per Drag-and-Drop das Ganze hier rüberziehen. Auf HDR zusammenfügen. Einfach hier rein. Dann sieht man auch, dass der Rahmen hier so ein bisschen bläulich wird. Ziehe ich einmal rein. Und dann wird automatisch das Ganze hier schon erkannt. Meine Minus-Zwei-Belichtung. Meine Minus-Eins-Belichtung. Meine Null-Belichtung. Meine Plus-Eins-Belichtung. Und meine Plus-Zwei-Belichtung. Diese fünf Bilder habe ich jetzt hier drin. Die kann ich auch theoretisch mit einem Klick auf dieses X hier wieder rausnehmen, wenn ich die nicht mit dazu bringen möchte. Ich kann hier noch so ein paar kleine Einstellungen machen, indem ich jetzt hier auf dieses Zahnrad klicke. Zum Beispiel eine automatische Ausrichtung. Wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, hey, liegen diese fünf Bilder jetzt wirklich pixelgenau übereinander? Ich habe mit einem Stativ fotografiert. Eigentlich müsste das so sein. Ich werde es trotzdem mal anwählen. Und ich kann auch Ghosting-Reduzierung hier noch anwählen. Also wenn ich jetzt bewegte Objekte in meinem Bild drin habe, dann kann man hier diesen Effekt dann so ein bisschen rausnehmen, dass diese bewegten Objekte dann irgendwie so ein bisschen verschwommen dargestellt werden und so. Also das kann man machen. Hier in dem Fall ist es, denke ich, nicht notwendig. Deswegen werde ich jetzt hier die Einstellung mal wieder rausnehmen und dann einfach zusammenfügen klicken. Jetzt wird Luminar ein paar Sekunden brauchen, um daraus jetzt eine neue einzelne Bilddatei zu erstellen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie diese Bilddatei am Ende aussieht und ob wir tatsächlich einen natürlichen Look daraus erstellen können. So, jetzt haben wir hier die fertige Datei. Es hat jetzt doch eine Weile gedauert. Ich würde so sagen, eine halbe bis dreiviertel Minute hat es gedauert, bis das Ganze erstellt wurde. Wir haben jetzt diese neue Datei und das Ganze wurde auch in einem neuen Order, nämlich im HDR-Merge dann hier abgelegt. Und jetzt klicke ich hier einfach mal drauf, mache mal einen Doppelklick drauf und schaue mir diese Bilddatei einfach mal an. Es sieht nicht völlig unnatürlich aus. Es sieht besser aus als jetzt so mit älteren HDR-Programmen. Aber ich bin jetzt auch noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wir können jetzt hier in den Bearbeiten-Tab reingehen und das Ganze selbstständig noch bearbeiten, wie wir gerne wollen. Also, was mir direkt auffällt, ist auf jeden Fall das Gras hier unten. Das ist wesentlich zu grün, stichig irgendwie. Also, ja, Gras soll ja grün sein, aber ich finde den unten, also irgendwie ist es zu viel. Deswegen können wir jetzt als erstes mal direkt hier so in den Farbbereich reingehen. Gehe ich hier mal unter Wesentliches. Und dann könnte ich zum Beispiel in der HSL-Tabelle hier den Farbton beziehungsweise die Sättigung von den grünen Werten auf jeden Fall mal ein bisschen runterschrauben, dass der nicht ganz so stark ist. So, das packe ich mal so auf minus 35. Und dann könnte ich natürlich auch den Farbton noch ein bisschen verändern von dem grünen, dass er so ein bisschen mehr Richtung gelb geht. Und dann sieht das Ganze schon, ja, wesentlich besser aus. Machen wir es mal so auf ungefähr minus 30. Und dann haben wir hier schon ein ganz gutes Ergebnis, denke ich mal. So, ich finde, jetzt sieht das Bild schon wesentlich besser aus. Wo es noch ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Kontrast. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich auch noch mal hier oben in den Zwickeln-Modul reingehen. Dort können wir intelligenten Kontrast hinzufügen. Den würde ich mal so auf plus 20 ungefähr packen. Das sieht für mich schon mal ganz gut aus. Die Lichter können noch ein kleines bisschen runter. Und die Schatten ein ganz kleines bisschen noch aufhellen. Aber wirklich nicht viel, weil das hat unser HDR hier eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Und ich würde fast sagen, so sieht das Bild schon richtig gut aus. Vielmehr müssen wir hier eigentlich gar nicht machen. Vielleicht noch ein bisschen was an der Schärfe, um das Bild noch mal so ein bisschen nachzuschärfen. Hier maskieren haben wir schon drin. Das setze ich immer noch ein bisschen höher, damit die Schärfe auch wirklich nur dort angewandt wird, wo ich sie brauche. Nicht überall im Bild. Und unter Landschaft kann ich jetzt hier noch ein bisschen goldene Stunde mit reinbringen, weil wir sind ja hier tatsächlich auch in der goldenen Stunde. Und schau dir mal an, was ich mit diesem Effekt hier machen kann. Also ich kann das ganze Bild so ein bisschen wärmer noch gestalten. Und ich finde, das gibt dem Bild auch noch mal so den letzten Punch. Für mich also richtig, richtig schön so an dieser Stelle. Und ich glaube, viel mehr will ich gar nicht machen. Außer vielleicht noch eine kleine Vignette hier mit dazugeben. Das heißt, ich packe das hier mal so auf minus 10. Was man aber übrigens auch machen kann, und das ist auch ein schönes Tool unter Kreativ, unter Neubelichtung, AI, kann ich nämlich auch bestimmte Bildbereiche abdunkeln oder aufhellen, je nachdem, wie tief das Bild im Endeffekt ist. Also die Bildtiefe wird dabei berechnet. Da wird zum Beispiel jetzt hier der Vordergrund erkannt und hier der Hintergrund. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier die Helligkeit im nahen Bereich einstellen. Und hier, die möchte ich mal so ein bisschen abdunkeln noch. Und dann wirst du gleich feststellen, hier wird jetzt natürlich kurz gerechnet, wo jetzt eigentlich die nahen Bildbereiche sind. Aber jetzt wurde hier der Vordergrund schon so ein bisschen abgedunkelt. Und ich kann jetzt hier auch mit der Tiefe noch so ein bisschen einstellen. Sieht man jetzt hier relativ gut, je nachdem, wie ich den Regler bewege, dass das Ganze noch so ein bisschen weiter nach hinten geschoben wird und wir damit wirklich den Vordergrund noch mal so ein bisschen abdunkeln konnten. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt haben wir eigentlich schon relativ schnell ein richtig schönes Ergebnis hier gezaubert, wie ich finde, was auch natürlich aussieht. Na klar, die Farben sind relativ stark. Das kann man schon so sagen. Aber tatsächlich war das auch ein ultra schöner Sonnenuntergang, muss man wirklich so sagen. Also die Farben waren wirklich sehr, sehr stark. Aber wenn es einem nicht gefällt, kann man natürlich immer noch ein bisschen mit der Sättigung runtergehen oder in der HSI-Tabelle das Ganze wirklich auch einzeln in den einzelnen Farbkanälen noch mal ein bisschen runter regeln. Je nachdem, was dir da besser gefällt. Aber ich muss sagen, das ist schon für mich ein tolles Ergebnis und das habe ich wirklich innerhalb von ein paar Minuten hier in Luminar Neo geschafft. Und so würde ich es jetzt tatsächlich dann auch exportieren und hochladen. So viel also zu Luminar Neo. Ich habe ja schon am Anfang des Videos gesagt, dass ich einige Zeit lang kein Video darüber gemacht habe, weil es halt einfach bei mir selber auch nicht mehr so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Jetzt allerdings funktioniert die neue Version wieder sehr, sehr gut bei mir und deswegen möchte ich sie auch wieder empfehlen. Du hast unten in der Videobeschreibung einen Link, wo du diese Version dir kaufen kannst. Und es gibt auch einen kleinen Gutscheincode dazu, wo du noch mal 10 Euro sparen kannst. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls du selber Interesse an Luminar hast. Ansonsten möchte ich natürlich noch kurz darauf eingehen, dass es in Zukunft auch eine weitere Erweiterung geben wird. Und zwar schon, ich glaube, am 30. August soll die rauskommen. Und zwar nennt sich die Noiseless AI. Da wird es also darum gehen, dass du deine Fotos tatsächlich vom Rauschen befreien kannst mit Hilfe von AI. Also da bin ich auch selber sehr gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert wird. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich auch dazu ein Video mache, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Dann probiere ich diese Funktion natürlich auch hier für euch auf dem Kanal aus. Ansonsten wird es noch weitere Erweiterungen geben über das Jahr verteilt. Also jetzt im Herbst und im Winter von September bis Dezember tatsächlich sollen noch einige Erweiterungen kommen. Ich glaube, insgesamt vier Stück nach Noiseless AI kommen da noch raus. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so kommt. Und ich hoffe einfach mal auch, dass die Politik, wie sie Skylum bisher betrieben hat, ein bisschen anders fortgesetzt wird. Nämlich, dass man jetzt wirklich so ein Basisprogramm hat mit Luminar Neo und einfach dafür dann Erweiterungen rausbringt. Aber nicht jedes Jahr immer ein komplett neues Programm und man muss es sich immer wieder neu kaufen, sondern dass man das jetzt mal wirklich als Basis nimmt und diese Basis immer weiter verbessert. Ich denke mal, damit würden sie auf jeden Fall sehr viel besser fahren und ich hoffe auch, dass sie das jetzt berücksichtigen. Wie gesagt, wenn du Bock hast, weitere Sachen zu lernen, es gibt auch Luminar-Kurse auf meinem Online-Shop. Es gibt natürlich auch zu Lightroom und Photoshop-Kurse. Die kannst du dir auf meinem Online-Stormer anschauen. Ansonsten folg mir auf jeden Fall auch auf Instagram und natürlich hier auf das Video kannst du auch einen Daumen nach oben geben, falls es dir gefallen hat. Und wie gesagt, falls du noch irgendwelche Fragen hast oder du auch sehen möchtest, wie ich weitere Luminar-Videos mache, schreib es einfach mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und du kannst auch gerne in meinen Podcast reinhören, den es seit einigen Wochen gibt. Da bin ich auch jede Woche mit dabei, manchmal mit einem Gast, manchmal auch alleine und spreche über verschiedene Themen in der Fotografie, Bildbearbeitung, Business und Umweltschutz und so weiter und so fort. Also da ist alles so ein bisschen querbeet, was mir gerade so einfällt. Würde mich freuen, wenn du auch dort mal reinhörst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ciao.